Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Heute möchte ich mit euch über eine bemerkenswerte Pflanze sprechen, die viele von uns in unserem hektischen Alltag unterstützen kann. Ashwagandha. Diese Pflanze ist bekannt für ihre adaptogenen Eigenschaften, die dabei helfen können, Stress zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. In diesem Video werde ich euch mehr über die Vorteile von Ashwagandha erzählen und wie es euch helfen kann, eure innere Ruhe wiederzufinden. Jetzt möchte ich euch ein hochwertiges Ashwagandha-Extrakt vorstellen, das ich persönlich ausprobiert habe und das mir wirklich geholfen hat, meinen Stress zu bewältigen und meine Energie zu steigern. Es ist das Produkt von Foodfrog, erhältlich bei Amazon. Dieses Produkt wird aus biologisch angebautem Ashwagandha hergestellt und bietet eine konzentrierte Formel, die maximale Wirksamkeit gewährleistet. In diesem Video werde ich euch mehr über die Vorteile von Ashwagandha erzählen und wie es euch helfen kann, eure innere Ruhe wiederzufinden. Die regelmäßige Einnahme von Ashwagandha kann zahlreiche Vorteile bieten. Es kann dazu beitragen, den Cortisol-Spiegel zu senken, was Stress reduziert und eine ausgeglichene Stimmung fördert. Darüber hinaus kann es die kognitive Funktion verbessern, die Energie steigern und sogar die Schlafqualität verbessern. Für alle, die nach natürlichen Wegen suchen, um ihren Körper und Geist zu unterstützen, ist Ashwagandha definitiv einen Versuch wert. Wenn ihr bereit seid, Ashwagandha in euer Leben zu integrieren und von seinen erstaunlichen Vorteilen zu profitieren, könnt ihr das Ashwagandha von Foodfrog noch heute auf Amazon kaufen. Ich habe den Link unten in der Beschreibung dieses Videos bereitgestellt. Indem ihr über diesen Link kauft, unterstützt ihr nicht nur eure eigene Gesundheit, sondern auch meinen Kanal, da ich eine kleine Provision als Amazon-Affiliate erhalte. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, dieses Video hat euch dabei geholfen, mehr über die Vorteile von Ashwagandha zu erfahren und wie es euch dabei unterstützen kann, ein ausgeglicheneres und gesünderes Leben zu führen. Vergesst nicht, den Link in der Beschreibung zu überprüfen, um das Ashwagandha von Foodfrog auf Amazon zu kaufen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ausgeglichen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017